Hallo. Hallo. Wir sehen uns das kurz an und sind gleich wieder weg. Wir müssen auch die ganze Anlage überprüfen. Irgendwas Ungewöhnliches? In den letzten Tagen? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, sei still. Wo wohnst du? Bring mich in deine Wohnung. Na los, schnell. Er versteckt sich sicher bei einem in der Wohnung. Was hast du? Was hast du? Die Tropfen. Was soll ich machen? In der Tüte. Nimm mich Jack, wenn du willst. Alle wissen, wer mich bestiehlt, ist so gut wie tot. Ich bin schwer krank. Schwer krank? Was soll das heißen? Was weißt du schon von Depressionen? Du schluckst das ganze Zeug, das im Bad steht, damit du dich krank fühlen kannst und verkriechst dich wie eine Ratte. Weißt du warum? Weil du dich nicht magst, deswegen. Der Typat sieht auch nicht alle. Hast du die Zeichnung schon dem Mädchen gezeigt, das dir gefällt? Nein. Du hast was, das interessiert eine Frau wie Rebecca. Meine Seele. Ja, ich habe ihn. Und was soll ich tun? Sag ich doch, jeder ist allein. Ich bliebe allein als bei einem wie dir. Das nennt man Stockholm-Syndrom. Du hast dich in deinen Kidnapper verliebt. Ich bin eine Art von Böe. Ich bin einer Art von Böe. Ich bin einer Art von Böe. Untertitelung des ZDF, 2020